ich will mich nicht mit dir anlegen ja ja das war ich vorigen aus so einem der in diesem Ort enthalten ist das ist die Sturz nein und das ist nicht 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 nein ist nicht 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 Nur ein kleines, kleines bisschen. Ähm, nicht Wolfi-Sache. Ich hab ein paar Geinskinder am Strand... Nein, 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 das erzähl ich dem auch nicht. So schwache und so, ne? Aber ich hab Martell einen Geist gesehen. Hm, ziemlich ordentlich. Ich bezüglich Wraiths, keine mir. All, aber ein paar, sind bereit, ihre Zeugen zu geben. Thinblöde, sie sind eine Faszination von mir. Sie sind ein weckerer, mehr menschlicher Kindred. Hence der Name, Thinblöde. Aber sie sind wie immer von uns. Ich hörte, eine große Konzentration von ihnen leben in dieser Stadt. Sie sind eine der Gründe, warum ich in Los Angeles bin. Sie ist sicherlich Malkavian. Oder wie soll ich sagen, sie sind sicherlich Malkavian? Ja, abgesehen davon. Die meisten meiner Kontakte hier sehen, dass sie etwas Ungewöhnliches fühlen. Wie ein Gefühl von Drehung oder Druck. Aber ich bin nicht ein Nativer zu diesen Teilen. Also kann ich nicht sagen, ob es irregulär ist. Und da bist du noch frisch. Vielleicht bist du nicht mit ihm entzündet. Möglich. Es ist ein Freude, mit deinen Freundinnen zu treffen. Aber es gibt Rundungen, die mich nicht kritisieren. Wir werden, ich bin sicher, wieder wieder treffen. Oder nie wieder. Guten Abend, junger Junge. Und bemerkt, dass du sehr wahrscheinlich durch die Sabbat getötet hast. Gute Nacht, Meckett. Das war ein netter Wolf. Ich mag solche Werwölfe. Ich mein, da die ja so fein und so... Fand ich doch, der sehr was... Ein kultivierter Wolf. Mit dem kann man sich mal unterhalten. Ähm, wo bin ich hier? Achso, in dem Öltank vermutlich wieder, oder? Moment, ich kann mich erst gleich umgucken. Ich muss grad... Na, sie grad gehen. Gute Arbeit, Ledgling. Ich fühlte die Explosion ein Meter weg. Es ist auch alles über die Neuze. Mann, es wird ein paar Piss-off-Sabbat, die heute Nacht schreien. Das war der Wolf. Becket. Warum, ich liebe ihn? Warum? Ich habe... Ich habe gehört, er sei in der Stadt. Keine Wurzeln. Hm. Muss etwas, was großartig ist, wenn er in der Stadt ist. Becket ist ein Historiker. Er hat auf der Erde mehr Vampire-Lore als jeder. Aber das ist alles, was Becket macht. Seht die Wahrheit hinter unserer... ...Kondition. Cool. Wie was? Ähm... Sekten... Ich wollte über... etwas über jemanden erfahren. Was was heißt über Prinz LaCroix? Was muss ich sagen? Er ist der Boss jetzt. Und was ist mit dem Typen, der meinen Erzeuger gekippt hat? Er ist LaCroix-Ein-Fist. Niemand weiß wirklich den Sheriff. Außer LaCroix. Niemand weiß sogar den Manns Namen. Es gibt viele Spiele über ihn. Ich weiß nicht. Ich hörte, LaCroix hat ihn in Afrika. Über 100 Jahre vor. Obviamente arbeiten sie gut zusammen. Klar. Du gehst zurück in die Stadt. Prinz LaCroix wird alles über diese Gewalt hören. Die Schlage�ale liegen. Ne... Einzelteile stecken im Rasen. Im... Pasadena. Hmhmhmhmhmhmhmhmhm. Durch den Tunnel da vielleicht. Dubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubi Sch-Scheinbar nicht. Nee, ich komm noch nicht mehr weiter weg. H-M! Ich weiß ja nicht, aber vielleicht mit dem Taxi? Ich muss erst was erledigen. Mausiii! Ich hätt gern'n Schluck getrunken! Fürchterlich! Jumjumjumjumjum! Schnabbeliiiirr! Reicht schon, danke! 3 Geheam! Don't kill people! Don't kill people do! Rock me Amadeus! Ich bin wieder weg! Nee, nee. Also der Spruch mit den Waffen war ja schon cool, aber... Bei Rock Me Amadeus hat sie mich dann verloren. Nee. Sorry. Nee, nee, nee. Rock Me Amadeus. Ich glaube, es geht los mit der... Die hat sie mir mal... Ich war immer noch nicht bei Megahertz. Hier gibt es immer noch was zu tun. Was sagt eigentlich meine Erfahrung? Mittlerweile wieder fünf. Hui, da könnte man sich ja schon was wieder überlegen, die zu investieren. Ich würde sagen, wir sammeln jetzt erstmal, bis wir wieder an ein Hindernis kommen, dass wir nicht überwinden können. Überwinden bekommen, wollte ich jetzt sagen. Überwinden können und dann ist gut. Dann können wir das immer noch sinnvoll einbauen. Bringen, ausbringen, wie auch immer. Kann ich mir eigentlich nicht mehr vernünftige Klamotten kaufen. Ich meine, die Klamotten sind cool, die passen noch nicht zum Typen. Oh, ein ungelesener E-Mail. Erster Zug. Der weiße König zieht um seinen... Von... Ein Freund. Moment. Ein Freund. Vorher... Lacroix, Lacroix, Mercurio... Ah, meine anderen E-Mails sind... Habe ich die gelöscht? Egal. Aber dann löschen die sich selbst. Darf ich nicht mehr als Sex haben. Denn ich würde sagen, ein Freund hat mir doch schon mal eine E-Mail geschickt. Und ich könnte mir vorstellen, dass... Bertrand... Äh, Beckett, Entschuldigung. Bertrand war ja dieser komische Nosferatu. Dass Beckett... Der Freund ist. Aber der ist cool für den Wolf. Schätze ich. Dann würde ich sagen, geht's jetzt mal auf nach Downtown Bank. Dann können wir ja gucken, ob wir da irgendwas haben, was passt. Und hoffentlich bleibt das Taxi dann auch da, dass ich jedem nochmal hinkern, wenn ich will. Weg von hier? Downtown, ja. Und die anderen sind noch nicht frei. Okay. Ähm... Nein! Dreh dich um! Idiot! Das hätte sogar ich gesehen. Nein! Nein, werde die nicht! Ah, läch! Hah, ha 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 ha. Pfff, ha 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 ha. Ha 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 ha. Let's blow out his eyes. And it's time to lick his teeth. I want its teeth. Camerilla fuck! Boys. I think we could all use a little entertainment. Those of you sitting in the first few rooms will get wet. jetzt sagt doch nein 9 ich kann ich gar nicht 9 und dann zufrieden war die jahre sie ist Ja, bin ich schon. Du bist der Vampirjäger, oder? Okay. Danke für die Hilfe. Ja, ich werde es mir merken. Das ist eine menschliche Existenz. Bleib aus Problemen, Junge. Vor allem sehen die so aus, als könnten die sich tatsächlich bewegen. Also so rein von... Aha. Da fand ich die Uhren im anderen Stadtteil besser. Weiß dies? Ich kann rein. Sie können Menschlichkeit wie jede andere Charakterschaft steigern, habe ich nicht vor. Lacroix. Ja, dich kenn ich doch. Ja, ich schriffe mich mit Lacroix. Ich bin von der Reaktion Baby-Formula-Kompany. Und noch sehe ich wohl nicht aus. Danke. Schönen Abend noch. Ja, äh, du hast eine gute Power-Meeting, oder, äh, was du da machst. Und du brauchst keine Sicherheit? Also, du ringst die Frontdesk und fragst für Officer Chunk. Das ist mir, in case du fragst. Chunk... Chunk wie Brocken, genau. Danke, Chunk, werd ich mir merken. Kann immer mal praktisch sein. Hallo! Oh, nein, da kann ich gar nicht durch. Hat ja keine Türklinke. Aha. Ich sag jetzt nichts zum Thema Vampire und nicht auffallen. Lacroix. Ja, Penthouse wird wohl stimmen. Wiener zum, wie es nicht schon einmal in der Schule. Oh, Gott! Oh, oh. Oh, Gott. Oh, ich war nicht. Oh, ich bin. Vielen Dank.